Heute ist es soweit. Die Preisverleihung für den Förderpreis der Energiebank für innovative Energieprojekte startet. Die Volksbank Hildeshammer-Bürde hat ja bereits zum sechsten Mal diesen Förderpreis ausgeschrieben. Eingeladen waren alle grund- und weiterführenden Schulen in Stadt und Landkreis Hildesheim sich mit ihren Themen und ihren Projekten rund um Energieeinsparung und Energieerzeugung zu bewerben. Und viele, viele Schulen sind auch dieser Einladung gefolgt. Es sind auch in diesem Jahr wieder sehr viele interessante Projekte eingereicht worden, wie zum Beispiel den Bau eines Blockheizkraftwerkes oder auch eine ausgefeilte Technik zum extra Belüften und Entlüften von Räumlichkeiten, von Schulräumen. Und für uns ist es eben wichtig, auch bereits Schülerinnen und Schüler gleich welchen Alters mitzunehmen, zu informieren, aber auch den Freiraum zu lassen, dass sie ihre Ideen zum Thema Energieeinsparung und Energieerzeugung eben auch schon frühzeitig mit umsetzen. Das ist uns ein Anliegen und so werden wir auch in Zukunft solche Projekte auch weiter unterstützen.